Wir blicken in die Stadt Vasilkiv im Südwesten der Hauptstadt und die russische Armee hat von Beginn an klar gemacht, dass diese Stadt von höchster Bedeutung für sie ist. Zum einen ist da die strategische Lage vor den Toren der Hauptstadt, zum anderen die Militärbasen und vor allem der Militärflughafen. Die Kämpfe dort waren heftig, aber so langsam versucht man jetzt zurückzukehren ins normale Leben. Mittendrin die Bürgermeisterin, ebenso charismatisch wie willenstark. Tatjana Ohm und Festin Baikiri haben sie getroffen. Traditionelle Ostergeschenke, eine Umarmung, viel Lob, Lob, dass Natalia Balasinovic die Tränen in die Augen treibt. Die 37-Jährige ist die Bürgermeisterin von Vasilkiv südwestlich von Kiew gelegen und die Menschen hier schätzen und bewundern sie. Der Militärflughafen der Stadt hat diese zu einem begehrten Ziel in Putins Krieg gegen die Ukraine gemacht. Putin und Russland hatten den Plan, die Kontrolle über unseren Flughafen zu gewinnen. Ja, sie haben den Flughafen zerstört, aber sie haben ihren Plan, die Stadt zu kontrollieren, nicht umsetzen können. Den Flughafen dürfen wir aus Sicherheitsgründen nicht drehen. Die Kämpfe waren massiv, die Eroberung konnte abgewendet werden, doch der Raketenbeschuss geht weiter. Sie müssen verstehen, davor kann dich nur das Schicksal oder Gott schützen. Ob du überlebst, liegt zu 90 Prozent nicht in deiner Hand. Größer als die Angst vor Raketen aber ist der Wunsch nach Alltag. Geschäfte öffnen langsam wieder. Die Bürgermeisterin erzählt, dass sie die Menschen bei Kriegsausbruch gebeten hat, nicht zu gehen. Und die Mehrheit ist dieser Aufforderung gefolgt. Die Normalisierung jetzt sieht sie mit verhaltener Freude. Es ist noch nicht normales Leben, aber ich bin sogar glücklich über die Staus auf der Straße. Glücklich, wie das Leben Tag für Tag in die Stadt zurückkehrt. Balasinovics Alltag aber wird weiter vom Krieg bestimmt. Während wir drehen, kommt einer der wichtigsten Berater von Präsident Zelensky zu Besuch. Andrei Liachowitsch ist verantwortlich für die freiwilligen Verbände und ihre Zusammenarbeit mit Armee und Territorialverteidigung. Das ganze Land steht geeint und hat sich vorbereitet. Und diese Einheit zeigt eben sehr deutlich, wie Armee und Zivilisten zusammengewachsen sind. Die Armee unterstützen, die Zivilisten beschützen, die wichtigste Aufgabe auch für die Bürgermeisterin in dieser Zeit. Der mittlerweile so berühmte ukrainische Wille zum Sieg ist auch ihr eigen. Putin wird unsere Leben niemals, niemals kontrollieren. Auch wenn er alle Städte zerstört. Der einzige Weg für ihn, diesen Krieg zu gewinnen, ist, uns alle bis zum letzten Ukrainer zu töten. Dass es dazu nicht kommt, auch dafür kämpft sie und träumt von einer besseren Zukunft, einer europäischen. Wir betrachten uns als Europäer, wir sehen uns nicht als Russen oder Ex-Sowjetbürger. Ich träume davon, hier eine europäische Stadt zu bauen, die aussieht wie eine kleine europäische Stadt irgendwo in Bayern, in Italien, in Spanien. Aber ich habe nie davon geträumt, dass meine Stadt wie eine russische Stadt aussieht. Der Krieg, sagt Natalia Balasinovic, habe die Region um mindestens zehn Jahre zurückgeworfen. Aber aufgeben, auch das macht sie klar, ist keine Option. Also, die